In diesem Video möchte ich Ihnen die Wartung vorstellen. Diese zwei Werkzeuge sind im Lieferumfang enthalten. Hiermit kann man die Türe öffnen und hiermit die Reinigung durchführen. Die Wartung kann durchgeführt werden, wenn der Pelletbehälter leer und der Pelletdosierer in Clean Position gestellt ist. Wenn der Riegel gelöst ist, kann der Hebel in die Clean Position gebracht werden. Die Tür kann mit dem Imbusschlüssel geöffnet werden. Mit der Hilfe des Reinigungshebels können die Pelletüberreste aus der Pelletrutsche entfernt werden. Der Aschekasten sollte zwei bis dreimal täglich geleert werden. Das Luftleitblech muss ebenfalls gereinigt werden. Dies geht einfach. Wir nehmen die Vermikulit raus und die Reinigung kann mit einem Besen oder einem Staubsauger durchgeführt werden. Die obere Feuerumlenkung muss einmal im Jahr gereinigt werden. Das Luftleit Die Musik Die Musik Untertitelung des ZDF, 2020